Hey, wuhh! Du hast noch keine Ahnung, was du nach deinem Abschluss machen sollst, brauchst eigentlich noch Zeit, um darüber nachzudenken. Und willst gleichzeitig in deinem Glauben und in deiner Persönlichkeit wachsen? Hey, da habe ich den Tipp für dich. Nämlich ein freiwilliges soziales Jahr, kurz FSJ. Ein Jahr für dich, für Gott und für den CVJM Nürnberg-Gotzenhof. Wir haben ein tolles Team hier und ganz viele Veranstaltungen für Jung und Alt und du kannst ein Teil davon sein. Seid ihr sicher, wir lassen dich nicht im Regen stehen.